Ja, warum haben wir ein paar unserer Lieder nochmal als Akustikversion aufgenommen? Dafür gibt es im Endeffekt zwei Gründe, der erste ist, wir wollten das schon immer mal machen und der zweite Grund ist, wir haben uns jetzt entschieden unsere Lieder wieder selbst aufzunehmen, also haben uns ein bisschen Technik gekauft und sowas und um das mal auszuprobieren, haben wir dann vorher eine kleine Umfrage gemacht auf Instagram, welche Lieder denn als Akustikversion gut ankommen würden und da wurden sich, bevor alles zerbricht, auf Platz 1 gewünscht, spurlos und Reiser und da haben wir die einfach mal aufgenommen. Egal was heute Nacht passiert, ich bring dich sicher heim. Das hier ist unsere Zeit, wir sind für alles bereit, wir werden nicht alleine stehen, wir werden diesen Weg gemeinsam gehen. Unsere Zeit, wir sind für alles bereit, wir werden nicht alleine stehen, wir werden diesen Weg gemeinsam gehen. Das hier ist unsere Zeit, wir sind für alles bereit, wir werden nicht alleine stehen, wir werden diesen Weg gemeinsam gehen. Ja, egal ob du hier bist und nicht. Nice. Das schäumt immer noch. Naja, und offen habe ich es trotzdem nicht. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen hart jetzt, gerade eben war es mal nicht gefroren, so ein Scheiß. Ja, mehr kommt nicht raus, der Rest ist jetzt gefroren. Wir haben die Lieder aufgenommen bei uns zu Hause im Studio, in unserem kleinen Homestudio, auch bekannt als mein Schlafzimmer. Und dann hatten wir Unterstützung und zwar von Benni, den kennt ihr vielleicht von Hans Sam, der war auch letztes Jahr bei unserem Festival mit dabei. Ja, und da haben wir dann die fertigen Spuren an den geschickt und er hat uns dann immer einen schönen Mix geschickt. So Benni, viel Spaß. Und wir haben gesagt, gefällt uns oder das kannst du vielleicht noch ändern und ja, dann wirst du zufrieden geworden und dann haben wir das Ganze mal rausgehauen. Also Benni, vielen, vielen, vielen Dank nochmal an dich und an dich wäre es nicht so cool geworden. Ja, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Vielen Dank für eure tollen Resonanzen auf unsere kleine Akustisch-EP. Vielen Dank für eure tollen Nachrichten und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, hört mal rein. Wir wünschen euch noch ganz viel Spaß damit. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Lass uns noch einmal zwischen Hochhäusern tanzen, im Straßenlaterin nicht nur noch ein letztes Mal. Bevor alles zerbricht, die anderen sind nicht wie wir und werden's auch niemals sein. Egal, was heute Nacht passiert, ich bring dich sicher heim.